Heute ist Mittwoch, der 31. Juli 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Es ist unglaublich, aber heute ist tatsächlich ja der letzte Tag im Juli, der 31. und morgen treten wir schon in den August ein. Seit dem 1. Januar haben wir hier jeden Tag ein Ü-Ei, ein Ü-Ei für Mädchen oder ein Kinder-Joy-Ei geöffnet. Ich hoffe, ihr habt keine Folge verpasst. Wenn nicht, schaut in die Playliste, da sind alle Folgen von Jeden Tag ein Ü-Ei natürlich nochmal hinterlegt. Ich hoffe, ihr habt weiterhin ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir gehen also in den August jetzt das letzte Ei für Juli. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute wieder. Wir sehen uns morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut! Jetzt geht's gut! Untertitelung des ZDF, 2020